Herzlich willkommen zu den Tech News. Diesmal vielleicht sogar eine Stunde zu spät, aber mal schauen wie schnell ich das jetzt schaffe mit Rendern und Hochladen, weil es ist jetzt schon ein Viertel nach fünf und ja, ich muss mich wieder beeilen. So, zunächst kommen wir zu einer News von ASUS und zwar haben die jetzt einen Monitor mit 144Hz, IPS-Display und FreeSync vorgestellt. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Kombination, weil wie gesagt, ich bin kein Fan mehr von Full-HD-Monitoren. Das ist für mich einfach schon ein bisschen zu 2010-like und ich finde WECO-HD ist jetzt einfach wirklich die, ich sag mal, Auflösung der Zukunft, zumindest für die 144Hz-Monitore, ansonsten natürlich UHD. Und ja, IPS und 144Hz ist ja auch noch ziemlich neu am Markt. Mein Monitor hat ja noch ein TN-Panel. Die Reaktionszeiten sind dann auch ein bisschen besser. Man sieht sie hier unten, wo stehen sie? IPS steht hier und vier Millisekunden Grau zu Grau Reaktionszeit. Also die sind eben dann ein bisschen langsamer, aber das sollte man beim Spielen nicht merken. Dennoch bin ich jetzt nicht irgendwie sauer, dass ich mir nicht einen anderen gekauft habe, sondern ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinem. Und ja, ich würde sagen, der ist für Leute, die jetzt noch einen suchen, sehr gut. Vor allem der Preis von etwa 570 Euro, der wird sicherlich noch ein bisschen runtergehen, aber der Preis ist auch eigentlich ganz okay. Denn der Rock-Monitor kostet noch ein bisschen mehr. So, dann geht es weiter mit YouTube. Und zwar, das habe ich mal mit reingenommen, nicht weil es irgendwie eine Tech-News ist, sondern weil es mich persönlich mal interessiert und ich da eure Meinung mal hören will. Denn YouTube soll eben gegen Bezahlung werbefrei werden. Das heißt zum Beispiel, ihr bezahlt dann, ich weiß gar nicht, wie teuer das sein wird, aber sagen wir mal, ihr bezahlt 3 Euro im Monat und könnt mich dafür dann werbefrei sehen. Das ist dann eben für Zuschauer interessant, die den YouTuber unterstützen wollen, denn mit Adblocker bekommt man natürlich kein Geld. Und ja, für eine geringe Summe sieht man dann eben alle Videos werbefrei. Also ist keine schlechte Sache, würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet. Und ja, das war's schon. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und auf zum nächsten Thema. Und zwar, ein sehr interessantes Thema, vielleicht noch nicht für alle von euch, die jetzt noch etwas jünger sind, haben mit Autos noch nicht viel am Hut, aber dennoch interessiert mich dieses autonome Fahren sehr. Das heißt, man kann zum Beispiel heute schon auf Autobahnen völlig ohne eigenes Eingreifen Auto fahren. Das heißt, das Auto macht komplett alles selber, es überholt selber, es gibt selber Gas, bremst selber und schaut mit diversen Sensoren eben rund um sich herum, um zu gucken, wo sind Fahrzeuge, wo sind irgendwelche Gefahren, wann muss ich bremsen, kann ich überholen und so weiter und so fort. Und da ist eben Audi und Mercedes und so weiter sind alle schon sehr weiter mit und auch BMW, glaube ich. Und hier gibt es eben dann so ein paar Infos zum Audi A7. Das ist jetzt kein normaler A7, sondern eben einer mit Driving Concept, mit diesem autonomen Fahren da drin. Ja, zur Zeit leider nur von 0 bis 65 kmh, funktionstüchtig, aber Audi hat mitgeteilt, dass in 2018 schon Fahrzeuge in Serie gehen sollen und wo dann die Technik auch noch ein bisschen besser verbaut ist, besser verstaut ist. Denn aktuell sieht man die ganze Technik noch im Kofferraum, die ganzen Sensoren und sonst was, die ganzen Kabel liegen da eben noch rum. Und das wird dann eben noch alles versteckt und passend hingebaut und in 2018 sollen solche Fahrzeuge dann in Serie gehen. Da ist jetzt für mich dann die Frage, wie dann die ganze Gesetzeslage aussieht, weil ich glaube, da ist noch somit das größte Thema. Was ist, wenn ein Unfall passiert und keiner der beiden Insassen hat das Auto kontrolliert, sondern die Autos bauen irgendwie einen Unfall? Also beide fahren autonom, kein Fahrer kümmert sich sozusagen um den Straßenverkehr, aber trotzdem geschieht ein Unfall. Wodurch auch immer. Wer ist schuld und wie sieht es dann mit der Rechtslage aus? Also ich denke mal, das ist ein interessantes Thema, vor allem vielleicht für einige Juristen von euch. Ja, also das interessiert mich echt enorm. Also nicht nur die Rechtslage, sondern auch einfach, dass man inzwischen schon einfach fahren kann, während man irgendwas im Auto macht. Also es gibt ja echt schon Autos, wo man einfach zu viert sich zueinander hinsetzt sozusagen. Also keiner achtet mehr auf die Straße und man kann was weiß ich irgendwas spielen oder jeder arbeitet irgendwas und keiner kümmert sich mehr um die Straße und das Auto fährt einen von A nach B. Also es ist echt der Hammer und das gibt es einfach schon. Finde ich interessant, aber dennoch, falls ich jetzt mal so ein Auto haben wollen würde, ich würde dann doch eher zum normalen Auto tendieren, weil mir macht Fahren persönlich Spaß. Und vor allem, wenn man jetzt ein Auto hat mit 200 PS und mehr, ist das Fahren einfach, ja, macht einfach Spaß auf Autobahn ein bisschen zu rasen. Natürlich nur da, wo es erlaubt ist. Also in der Stadt finde ich es doch, das fände ich natürlich gut. Vor allem in Stausituationen, wenn man dann einfach einen Knopf drücken kann und der kommt Auto über Nimmer. Ich habe gerade keinen Bock zu fahren. Das ist dann echt der Hammer. Also da würde ich mich sehr über eure Meinung freuen. Schreibt es mal in die Kommentare. Und das war es dann erstmal dazu. Dann noch eine kleine News für zwischendurch. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich finde es echt der Hammer. Also Asus ist jetzt nun zurück im Sortiment der Mindfactory AG. Ich hatte es ja mal in einer Tech News angekündigt oder gesagt, dass Asus zur Zeit eben nicht mehr im Sortiment von Mindfactory drin ist. Und ich habe damals ja schon prophezeit, dass es wieder, dass die wahrscheinlich wieder bald im Sortiment sein werden. Und ja, genau so ist es jetzt gekommen. Es ist echt immer witzig, was da im Hintergrund passiert. Würde mich echt mal interessieren, ob Asus da irgendwas nicht gezahlt hat, irgendwelche Gebühren oder sonst irgendwas. Oder warum die da so ein bisschen sich gegeneinander aufhetzen. Aber naja, jetzt sind sie wieder im Sortiment. Finde ich gut, weil ich finde es schade, wenn dann eben ein großer Hersteller bei einem so guten Händler wie Mindfactory dann nicht vorhanden ist. Aber gut, jetzt ist alles wieder im Lot und keiner weiß so richtig, warum der Verkaufsstopp da erfolgt ist. Aber naja, wir können einfach erstmal glücklich sein. Und zum Schluss die allerletzte News. Es wurde eine R9 390 abgelichtet ohne X und vom Hersteller XFX. Sehr verwirrend alles. Und man sieht schon, die Grafikkarte ist mit diesem standardmäßigen... Ach, jetzt geht es gerade nicht. Moment. Ach, okay, größer geht es gar nicht. Naja. Ist mit dem standardmäßigen Double Dissipation Design hier ausgerüstet. Mit dem Kühler. Und der soll eben erstmals 200mm Lüfter beinhalten. Ja, 300 Watt ist die maximale Leistungsaufnahme von dieser Karte. Und mich würde einfach interessieren, inwiefern die R9 390 langsamer ist als die R9 390X. Also ist echt interessant. Und das Gute ist, wenn es schon solche Bilder gibt, dann kann die Veröffentlichung nicht mehr weit sein. Das heißt, ich hoffe mal, man hört Ende April noch irgendwas. Also mit Veröffentlichung oder neuen Benchmarks oder sonst was. Also es kann sich aber wirklich nur noch um wenige Wochen handeln. Und ich bin echt gespannt auf Benchmarks im Vergleich zur 980 und zur 390X. Weil die Karte wird auf jeden Fall sehr viel schneller sein. Man hat ja schon so ein paar interne Benchmarks gesehen, die jetzt nur die 290X und die 390X vergleichen. Und da soll eben das neue Modell 60 bis 70% schneller sein, als eben die 290X. Das ist schon echt eine Hausnummer. Man kannte ja früher vielleicht nur solche minimalen Steigerungen von 15 und 20%, die dann bei einer neuen Generation drin waren. Und da ist 60 und 70% schon echt eine gute Hausnummer. Ich freue mich sehr auf diese Grafikkarten. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, vielleicht werde ich mir eine davon besorgen. Mal gucken, vielleicht kriege ich auch eine zum Testen. Ich muss mal schauen. Ich habe leider noch nicht so eine riesen Reichweite, als dass ich dann viele Sachen zum Testen bekomme. Und die letzten Tage war ich auch damit beschäftigt, mir irgendwas zum Testen zu besorgen. Leider habe ich nur Absagen bekommen oder eben gar keine Antwort. Das ist dann schade. Aber gut, ich habe eben noch nicht so eine riesen Reichweite. Da fehlen mir noch so um die 10.000, 20.000 Abos, bis ich dann so bei 30.000, 40.000 Abonnenten bin. Und ich denke mal, dann sind die Hersteller schon ein bisschen interessierter. Aber naja, das war es jetzt von den Tech News. Sorry, dass sie zu spät kommen. Das ist jetzt wahrscheinlich unumgänglich, dass die nach 18 Uhr kommen. Seid mir nicht böse und es werden wirklich bald neue Videos kommen. Ich bin zurzeit wirklich ein bisschen am Planen, was ich so alles machen kann. Und versuche mir so ein paar Testobjekte zu holen. Aber seid ein bisschen geduldig. Wie gesagt, Privatleben ist auch zurzeit ein bisschen stressig mit der Arbeit. Aber gut, ich hoffe mal, die Tech News haben euch gefallen. Ich würde mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über eine Bewertung und einen Kommentar von euch. Vor allem natürlich eure Meinung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.